Heute starten wir zusammen eine neue Whisky-Rundreise. Wir sind bei Loch Lommend. Ich habe mir elf Abfüllungen rausgepickt. Und starten möchte ich mit diesen beiden hier. Einen ganz einfachen Blend. Ein Blend aus nur einer Brennerei? Komisch, komisch. Und einen zehnjährigen Single Malt. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky-Turntable. Loch Lommend. Endlich nehme ich sie mir vor. Ich hatte bis jetzt, glaube ich, erst zwei Abfüllungen im Video. Einmal den Glen Gary vom Aldi. Stand ja auch groß bei, dass es ein Loch Lommend Single Malt ist. Den fand ich für den niedrigen Preis komplett akzeptabel, auch da er einen leichten Rauch hatte. Und ich hatte mal, ich glaube, sie war 14 Jahre alt oder war sie 17, so eine Bio-Abfüllung. Ich glaube, sogar mit dem richtigen Zertifikat oder sowas. Die fand ich gar nicht schlecht. Ich glaube, First Fill und dann, wie gesagt, 14 oder 17. Ich blende es euch ein. Ja, sonst kenne ich eben noch so ein paar schlechtere Erlebnisse. Es gab damals bei, ich glaube, es war Lidl, aber auch andere Discounter von Loch Lommend so eine hohe, oder im Prinzip wie hier, hohe Verpackung. Blaue Dose und da war dann auch ein Single Malt drin. Grenzwertig, sagen wir es mal so. Sie gehören, ich nehme mal meine Karte. Also ich fange besser so an. Die Brennerei ist noch gar nicht so alt. Ich habe gefunden, dass sie 1966, ich weiß, frag mich jetzt nicht, das erste Mal gebrannt wurde oder gegründet wurde, eins von beiden. Seit 2019, also noch nicht so lange her, gehört sie der Hill House Capital Group, also eine Heuschrecke aus China, wenn ich richtig gelesen habe. Denen gehört auch Glen Scotia. Und Glen Scotia, hier in Deutschland, werden gerade neue Verpackungen, neue Flaschen eingeführt. Also jetzt nicht von der Abfüllung her, sondern so kleinere, glaube ich. Und so ähnlich ist das jetzt hier bei Loch Lommend auch. Ich war auf deren Internetseite, da sieht man überall schon die neuen Flaschen. Aber ich tippe mal auf den ganzen Lieferproblem geschuldet, ist man bei Loch Lommend hier noch nicht so weit. Also in den Shops habe ich sie noch nicht gesehen. Deshalb meine elf Flaschen in den nächsten Videos ist in dem Sinne immer noch die hohe. So, was haben wir bei Loch Lommend? Ich will es nur ganz kurz zusammenfassen. Die meisten wissen es ja eh. Sie haben eine schöne Ansammlung unterschiedlicher Destilliergeräte, um es mal so auszudrücken. Zwei, in Anführungszeichen, normale Potstills. Dann habe ich bei Wikipedia gefunden, sechs Lommendstills. Die haben geraden Hals mit Böden drin. Soll noch mehr Frucht geben. Und dann haben sie eine Coffee-Still für den Grain Whisky, den sie auch produzieren. Die haben sie seit 1993. Damals waren sie auf jeden Fall zu der Zeit die einzigste Brennerei, die sowohl Single Malt und Grain Whisky herstellt. Wie es heute ist, muss ich passen. Dürft ihr mir unten drunter schreiben. Falls es noch eine zweite oder vielleicht sogar eine dritte gibt. Und deshalb, bei diesem Blend habe ich das ja eben so schön gesagt. Hm, Loch Lommend, ein Blend, wie geht das denn? Weil hier eben einmal Grain Whisky von Loch Lommend drin ist und Malt Whisky. Und dann dürfen sie es ja schlecht Single Malt nennen. Oder generell Malt. Und so haben sie eben, wo habe ich es mir denn aufgeschrieben? Ich fand den Begriff so schön. Einen Single Grain, äh, wie hieß das? Einen Single Blend. Irgendwo habe ich es mir hier notiert. Single Blend, genau. Das ist ein Single Blend. Hat gar nichts auf der Hacken, aber witzige Bezeichnung, ne? So, dieser Single Blend gibt es ab 12,95 Euro, habe ich ihn gefunden. Hm, also wir sind wirklich ganz unten vom Preis. Ähm, aber ich hatte, über YouTube kann man ja auch so Berichte, so ein bisschen Beiträge einstellen. Mache ich ganz selten, aber hier bei Loch Lommend hatte ich das gemacht, um mal von euch so ein bisschen Feedback zu bekommen. Und jemand von euch hatte eben auch geschrieben, Mensch, nimm doch noch eine einfache Abfüllung dazu. Ich hatte, das war meine einfachste bis dahin. Und dann dachte ich, hey, warum nicht? Hat man ja doch auch oft Überraschungen. Dann, äh, kam eben noch der Wunsch, oder was ist der Wunsch, oder der Hinweis? Mensch, schau dir auch die anderen Abfüllungen von denen an. Zum Beispiel, ich habe hier vorne, das ist mir extra hingestellt, Inchmoen. Das sind, glaube ich, die Rauchigen. Und dann gibt es noch Inchmuren. Das sind Inselnamen von Inseln aus dem See Loch Lommend. Das nur kurz zur Info. Ja, habe ich auch noch mit aufgenommen, deshalb sind es noch ein paar Flaschen mehr geworden. Ähm, die haben auch noch mehr Unterbezeichnungen und Eigennamen. Die habe ich aber alle nicht drauf. Aber das sind so die wichtigsten, was ich jetzt gerade sagte. Unter Loch Lommend, Single Malt, kriegt man in der Regel einen Whisky, der aus diesen Loch, oder aus diesen Lommend Stills kommt. Und, und aus den normalen Pot Stills. Und bei, ich glaube, das ist der Inchmuren, ich nehme das mal eben. Genau, da habe ich hinten auch nur, ich halte es mal vor, unten auch nur diese Lommend Stills abgebildet. Ne, weil er dann wohl noch fruchtiger wird. So, und dann können Sie natürlich so ganz unterschiedliche Mischungsverhältnisse davon nehmen und die theoretisch ja eine Riesenvielfalt von unterschiedlichen Whiskys herstellen. So, unser 10-Jähriger, ich hole ihn mal raus. Gibt es schon ein bisschen länger, gibt es auch in mehreren Shops, ist aber eigentlich eine Jubiläumsabfüllung hier für den großen holländischen Shop. Und, ich weiß nicht, der hat wohl so viel, ich denke mal, wenn Loch Lommend eine Standard-10er-Verpackung dafür macht, dann müssen da auch ein paar tausend Flaschen rausgehen. Gibt es ja auch in großen deutschen Whisky-Shops, die haben ihn mittlerweile. Damals bekam man ihn, als wirklich das Jubiläum gefeiert wurde, wo habe ich es? Das stellen wir mal weg. Für 24 Euro. Das fand ich nicht schlecht, den habe ich mitgenommen. Jetzt kostet er, ob jetzt in Deutschland oder in Holland, so um die 31, 32 Euro. Ja, Durchschnittspreis, ne? Wir haben es hier zu tun mit, ja, Bourbonfässern, mit, sagt schnell, mit wiederbefüllten Fässern. Ich weiß nicht, ob das andere dann erstbefüllte sind oder was das heißt. Und mit wiederreaktivierten oder wie man sie nennt. Die haben eine eigene, stimmt, Loch Lommend kommt auch noch dazu, sie haben eine eigene Küferei. Und dort wurden diese Fässer eben auch wieder aufgearbeitet, neu ausgebrannt und die sind auch mit da drin. Also drei verschiedene Fassarten haben wir. Ja, hier wissen wir nichts zu, aber es wird wohl nichts Spektakuläres sein. Habe ich euch alles erzählt. Ich denke so im Schnelldurchlauf, ne? So. Mache ich jetzt bei den anderen Videos auch nicht mehr. Ja, ich starte hier mit dem günstigsten Whisky, den ich seit langem hier im Glas hatte. Das meine ich überhaupt nicht böse, sondern ihr kennt ja meinen Wunsch, jetzt nicht immer nur die teuren Abfüllungen zu probieren, sondern eben auch, wie hier jetzt generell, die günstigeren. Oh ja, der ist leichter, er ist Grain enthalten. Er ist jung. Er ist fruchtig. Er ist süß. Er hat Karamell. Ich habe keine Farbe eingeblendet. Die sind beide gefärbt. Also bei ihm hier steht es nicht drauf, oder ich habe es nicht in groß gesehen, aber gehe ich ganz stark von außen. Und der Zehner, da steht es mit bei. Eine leichte Grasnote, eine leichte Note von etwas... Ja, ob das ein ganz leichter Rauchanteil ist? Er ist leicht grasig, er ist leicht sommerlich, staubig, wie in irgendeiner Scheune sommertags, wenn man da reingeht und man sieht den Staub in der Luft hängen. Und dann kommt etwas, das dazu für mich nicht richtig passen will. Es riecht so ein klein wenig nach Kautschuk, nach Gummi, nach Vulkanisation. Also nicht Kalanisation, sondern wenn man jetzt so einen Reifen pflegt, diese Vulkanisationspaste oder wie sie sich schimpft. Ja, dann kommt wieder Süße, kommt ein bisschen Malz kann man gar nicht sagen. Ich glaube nicht, dass der Malzanteil hier sehr hoch ist, aber kommt so eine leichte getreidige Note. Ja, meinen ersten Single Blend werden wir annehmen. 40 Volumenprozente haben sie beide. Jung, stürmisch, ein bisschen scharf. Eine leichte Butterscotch Note, ein bisschen Vanille. Relativ süß finde ich ihn. Hier jetzt ein bisschen scharf, wie gesagt. Denk mal aufgrund des jungen Alters. Ist das Holz da, ist aber generell eher weg. Ich meine, wir reden hier über einen 13-Euro-Whisky. Dafür ist das finde ich akzeptabel, ist nicht schlecht. Er isste manche, wirklich manche Blends hat man ja, wenn sie zu günstig sind, um Gottes Willen. Also dann muss ich wirklich auch davon abraten, wenn man sofort merkt, die Fässer wurden zu oft benutzt. Boah, grottig. Hier überhaupt nicht der Fall. Gut, sie haben ihre eigene Küferei, da können sie ja wenigstens irgendwie halbwegs dafür sorgen, dass nicht zu oft die alte Eiche mit reinkommt. Er hat mehrere Facetten. Das kenne ich von günstigen Blends auch nicht immer so. Ich hatte jetzt im Geschmack einen Rauch, konnte ich jetzt nicht richtig ausmachen. Auch dieses Kautschuk-Gummi, wie gesagt, Vulkanisations-Zeugs. Er in der Nase. Ja, wie viele preiswerte Blends. Er ist etwas zu jung. Aber ich finde, er kommt etwas besser rüber als jetzt die ganz einfachen Dinger für einstellige Euro-Beträge. Würde ich mir jetzt nicht kaufen. Aber wem wundert das? Das ist jetzt auch nicht der Maß der Dinge, was ich mir kaufe. Keine Ahnung, wie der mit Cola schmeckt. Aber das mache ich noch nicht mal böse. Er ist... Hier steht nichts. Also mit Eis, ja. Mit ein bisschen Wasser, ja. Brauche ich jetzt nicht. Dann steht hier aber auch nichts Gescheites dabei. Ich dachte, vielleicht ein kleiner Hinweis auf den Rauch. Aber wie gesagt, im Geschmack habe ich ihn nicht in der Nase. Eher, wo ich denke, da könnte was übrig geblieben sein. So, jetzt gehen wir mal zu einem richtigen Single Malt. Der Zwölfjährige, wenn ich das soweit richtig gesehen habe, der Loch Lommens Single Malt, zwölf Jahre, hat dieselbe Fasszusammensetzung. Auf jeden Fall die drei Arten. Hat dann aber 46 Volumenprozente. Da geht es ja dann richtig los. Deshalb hatte ich mir hier diesen Zehner, wie gesagt, eigentlich als Single Malt-Einstieg genommen. Aber jetzt haben wir das Ganze nochmal ein bisschen größer aufgezogen. So. Und jetzt, wie gesagt, bilde ich mir hier ein Fundament. Und ich finde es dann auch immer schön, wenn man jetzt auf einmal wieder merkt, 100% Maltanteil. Als er im Angebot war, kostete er ja nicht das Doppelte hiervon. Und ich habe sofort so einen Aroma. Also ich kann gerade wieder nur ein Plädoyer für den Single Malt halten. Es ist eine Offenbarung. Es ist ein Unterschied, den ich ab hier aus sehr wahrscheinlich nicht mehr hinkriege. Ob ich jetzt hier mir zum Zehner den, ich sage jetzt einfach mal den Zwölfer hinstelle. Ich habe den 18er, ich habe den 21er, ich habe Einzelfässer. Da bin ich einfach schon beim Thema Single Malt angekommen. Und der deckt dann schon ganz, ganz viel ab. Auch wenn er nur 40 Volumenprozente hat. Aber der Unterschied, das sind wirklich Welten. Das sind Welten und dann in der Single Malt Familie geht es, Nuancen wäre übertrieben, aber dann geht es nicht mehr um Welten, dann geht es vielleicht um kleinere Abstände. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Hier beim Blenden konnte ich auch keine Frucht wirklich ausmachen. Also eine Frucht schon, eine diffuse, leicht fruchtige Note. Aber hier. Jetzt einfach, wenn ihr denkt, ich haue jetzt irgendwie so einen grünen Apfel raus. Apfel ein bisschen, aber grün finde ich ihn gar nicht. Frisch, ja. Ich finde, das geht eher in die Orangenecke. Da kommen Orangenaromen dazu. Klar, diese Lomensdills, wenn die so fruchtige Aromen bringen, müssen die ja mit der Zitrusnote ganz tolle Sachen machen. Also sage ich es mal so. Wo wir vorhin dieses Thema hatten, staubige Scheune, trocken oder grasig, habe ich ja gleich gesagt. Hier ist es, finde ich, noch viel intensiver. Also das ist alles oder vieles, was im Blend da rauskommt, aus dem Single-Mold-Anteil, behaupte ich mal. Und hier ist es, bei dem Blend ist es so ein bisschen, als guckt man durch ein Fernrohr und hier ist man wirklich wahrhaftig live dabei. Nichts so süß oder es kommt nicht allein diese Süße durch, wie beim Blend, sondern auch schön viel Vanille. Ich habe auch hier, habe ich so eine leicht getreidige Note, aber alles viel intensiver, ausgeprägter, gereifter mit zehn Jahren. Ich weiß, hier sagt er am Ende, Mensch Peter, so wie du das erzählt hast, du warst ja am Schwärmen, da muss ja der Bestzehnjährige aller Zeiten sein. Weiß ich nicht. Aber ich finde das einfach immer wieder toll, aufs Neue zu erleben, diesen Sprung. Sprung. Oder wenn man auf dem Dachboden im Sommer ist. Irgendwie in alten Kisten, Pappe, Papier, irgendwelche Stoffe, alte Kleidung. So eine Note hat er dann über dieser frischen, grasigen und fruchtigen Note. Das finde ich ganz schön. Wenn ich jetzt mit Leder anfangen würde, würde man mich falsch verstehen. Aber ich kann hier rüber eine Art Bogenspann zu etwas Ähnlichem wie einer Leder-Assoziation aus dem Sherry Whisky, obwohl sie ganz anders rüberkommt und das Ding nur zehn Jahre alt ist. Also das finde ich gut. Vielleicht muss man sich manchmal auch einfach nochmal neu eichen mit so einem Blend, um dann nochmal nicht immer zu sagen, das ist ein 40-volumen-prozentiger, kann ja nichts auf der Hacken. Möchte ich nicht. Weil gerade auch in dieser Welt mit diesen verrückten Preisen, ich meine, lass doch die teuren Abfüllungen die ganzen anderen kaufen. Wenn wir schon alle immer über hohe Preise meckern. Hier. Wie gesagt, im Angebot war er damals wirklich sehr günstig und mit irgendwie Preisen unter 35 Euro. So, jetzt muss er aber auch noch schmecken. Einen würzigen, pfeffrigen Moment. Der Blend war scharf und jung. Er hat einen schönen, würzigen, pfeffrigen Scharf, kann man da sagen, aber das ist bei mir eher negativ angekreidet. Moment nach hinten raus. Er ist leicht cremig, mundausfüllend, viel intensiver von den Aromen. Diese Frucht, also sie erinnert mich an Orange, an leicht gezuckerte Orange. Ja, also wer den im Angebot mitgenommen hat, hat überhaupt nichts falsch gemacht. Seiden er wollte jetzt irgendwie einen rauchigen Whisky oder einen Sherry-Fass gelagerten Whisky, das kann er alles nicht bieten, aber diese Fasskombination unterstützt, glaube ich, diesen Loch Lommen-Brennerei-Charakter hier aus dieser Mischung zwischen Potstill und Lommenstill gut. Also das funktioniert. Und ich denke, diese reaktivierten Fässer bringen eine schöne Würzigkeit rein, dass da nochmal ein bisschen frische Eiche mit dabei ist, aber eben nicht zu wild. Kommen noch ein paar Refill und ein paar normale Expertenfässer dazu. Es geht bei Loch Lommen fruchtig zu. Tolle, also dieser schlechte Ruf von vor 10, 15 Jahren, den loszuwerden, ist natürlich nicht einfach. Aber sie haben da doch so viele Spielmöglichkeiten. Und ich habe jetzt noch nicht mal einen, ich gucke mal kurz, in Schmoren und in Schmurren probiert. Das kann doch nur spannend werden. Geht jetzt hier nicht darum, dass ich jetzt einen Teaser mache und euch heiß mache auf die anderen Abfüllungen, aber ich mache mich gerade selber heiß. Was mir aufgefallen ist, war das hier auch drauf? Ich glaube, bei der hier ist das. Die haben ganz viel Werbung hier für Golf. Und dabei ist doch Golf, ich sage es jetzt mal so hart, ein elitärer Sport, doch eher für die Reicheren unter uns. Und dabei hat der Loch Lommen, wie gesagt, bei uns Whisky-Genießern ja von früher, doch dann eher den Ruf, naja, dass die Brennerei eher in der zweiten, dritten Reihe steht und nicht vorne dabei. Da müsste man einen Golfer fragen, ob der sofort als Whisky-Marke nur noch Loch Lommen draushaut. Gut, ich nehme noch mal kurz den Blend, um noch mal runterzukommen. Die Süße steht alleine da, sagen wir es mal so. Oh, bisschen Vanille und diese sinnige Gummi-Vulkanisations-Note. Fühlt ein bisschen dieser Kick, das Pfeffrige. Dazu kommt was Scharfes durch. Dieser kleine Unterschied, man kann ihn hier super erschmecken, er ist schwer zu erklären. Scharf, da er noch zu jung ist und eben wenig andere Bestandteile wie Holzwürze aufgenommen hat. Hier zehn Jahre gereift, schon viel, viel sanfter geworden und aus dem Holz kommt eine schöne, würzige, pfeffrige Note. Gut gemacht. Ich finde es auch gut, ich glaube, die hatten zu ihrem Jubiläum dann noch viele andere Abfüllungen, aber ich finde es doch schön, so eine einfache Abfüllung zu nehmen. Also muss ich auch mal sagen, ich meine, hey, wie viele haben Jubiläum und dann kommen die teuersten Flaschen da raus. Ja, anderes Thema. Okay, ich mache als nächstes weiter mit dem Zwölfjährigen. Da werde ich mir den 10er auf jeden Fall noch mal dazustellen und dann werde ich mir irgendwie, weil das finde ich ja auch so cool, zwölf Jahre Loch Lomans Single Malt, zwölf Jahre in Schmohlen und zwölf Jahre in Schmurren. Was liegt mir da persönlich am besten? Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kann es euch rüberbringen, dass ihr versteht vielleicht, was für euch der Beste wäre. Warten was ab. Ich bin schon heiß. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.